Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es für euch ein paar Eindrücke aus der Pressekonferenz bei den Kamalfallspielen Elsbe, die ich besucht habe. Und starten werde ich nun mit einem Videogruß von Sebastian Kolb und anschließend gibt es dann noch ein paar Eindrücke. Ganz viel Spaß! Gott zum Gruße. Kommt zum Elsbe-Festival. Ab dem 17.06. bis 3.09. spielen wir Winnetou No Chatterhand unter Geiern in Liano Estacado. Seid dabei, es gibt eine Menge zu erleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und das ist ein paar Eindrücke. Ich bin ein paar Eindrücke. Ich bin ein paar Eindrücke. Mein Bruder hat erklärt, ich bin ein paar Eindrücke. Einer großen Stadter von Deutschland. Na, was soll man denn mit Ketten in den Gewässern? Ganz viel, da haben wir hier. Ich bin ein paar Eindrücke. Lass uns doch etwas rumgehen. Da war ein paar Eindrücke. Da war ein paar Eindrücke. Eindrücke. Durch das gedονrücken zum Eviden. Aus wirederof our-F access. Eindrücke. Sch 되어 innerhalb des Fauchers Jongens. Eindrücke. Romỗnen Einrichton für Klothaerėj UWO jam. Not även, einen Gewässern Ich mich lang bist ein Parteier. Mah! Move障礙! Ho-ho-ho-ho! Die treatment ihr habt! Untertitelung des ZDF, 2020 Aber die Brügel versuchst! Ein kleines Faust! Und ich will die Brügel! Aus uns einen anzutieren! Rähne bitte nun! Ich so müssen, dass du den Stuhl nicht führst! Denk ich dir an, dass du der Gott nicht führst! Jetzt wird es nicht der Leiter aus, und wie die Möchte fällt! Sauber, Frau! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020